eine mutter hatte drei töchter und bei ihren hochzeiten ersuchte sie die drei sie nach der hochzeitsnacht anzurufen und ihr diskret mitzuteilen wie sich ihre männer beim sex denn anstellen die erste sagte es war wie maxwell kaffee die mutter war etwas verwirrt bis sie eine maxwell kaffee werbung sah mit dem spruch zufriedenheit bis zum letzten tropfen da war die mutter zufrieden dann meldete sich die zweite tochter bei ihrem anruf flüsterte sie nur rothmans also suchte die mutter nach einer rothmans annonce sie fand eine mit dem werbespruch live live king size und die mutter war abermals zufrieden schlussendlich heiratete auch die dritte ihrer töchter nach einer woche rief sie an und murmelte bloß british airways die mutter sah alle illustrierten durch und fand dann endlich eine anzeige der fluglinie als sie den spruch las schrie sie bloß oh mein gott viermal täglich sieben tage die woche alle richtungen so Untertitelung des ZDF, 2020